Keanu Reeves ist eine wahre Schauspiellegende. Die weltberühmten Matrix-Filme machten ihn damals zu einem der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm bereits 1994 mit Speed. Damals sah der Darsteller richtig heiß aus. Im Gegensatz zu heute trug er seine Haare in dem Film kurz, was Keanu definitiv stand. Wer kann zu diesem markanten Gesicht und den großen Muskeln schon Nein sagen? Bei Matrix hinterließ nicht nur die Handlung Eindruck, sondern auch Keanu als Neo. Besonders, wenn er mal seine schwarze Brille absetzte und man in seine hübschen Augen sehen konnte. Auch die etwas längeren Haare in Kombination mit diesem verführerischen Blick lassen den Schauspieler einfach nur hinreißend aussehen. Keanu Reeves im Anzug? Wer da mal nicht ins Schwitzen gerät.